Hilfe, lass mich als verrückt! Ihr Fassade! Da! Zoe! Komm da raus! Das sind so viele! H, geschafft? Boomer? Oh Gott! Ja, sie springen zum Tag und da! Geil! Ich will mitmachen! Aber wie es aussieht, haben wir den ersten Film! Wir haben fünf Kampagne geschafft! Eine Kampagne heißt, wir hier filmen! Ja! Die Überlebenden konnten fliehen! Geschafft! Überlebende! Sorry, I lose! Spill in Darkness! Übersprungen! Leertaste? Ah, jetzt! Ja, ich mach direkt weiter! Ich mach jetzt keinen Break! Mersehole! Todeszone! Klingt lustig! Nehmen wir einen anderen! Ich nehm diesmal Zoe! Ja, ich bin diesmal eine Frau! Mal gucken! Death Toll! Hell came turf! These four are gonna sand it back! Okay! Hoffen wir mal, dass das stimmt! Damm, 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 damm! Riverside! Echse! Half-Mile! Okay, ich werd nach Ruhe! Okay, ich werd nach Ruhe! Okay, ich werd auch nicht! Zombies! Okay! Unless anyone has a better plan, dann sag ich, wir gehen da! Okay, dann! Let's do it! Pumpgun! Money! La 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 la! Medipack? Okay! Für genau ich kann ihn clean zu gesteuern! Für mal genau ich kann, okay! Ah, leck ein bisschen! Da, da, da! Was haben wir gehofft vom Level anfangen? Das lag! Mitunter wegen straps! Komm, laden nach! Damm, tamm, 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 tamm! Ich seh dich, ich seh dich verrottet! Stirb! 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 Überschritte! Okay, da w개� ran! Boor me ins Feld! Ist das, soll ich nicht? Überall... Zombies! Zombie-zomm-zomm! Zombie-zomm! 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 Zum! 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 Hunter! Wo? Okay, der ist da! Stirm, dumm, 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 umgucken, stirb, 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 stirb. Du hässlicher Tanksternangestellter. Und, glaub ich, Hunter. Fuck it. Da, 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 da. Wir überquellen den Fluss. Gibt's da eine Leiter? Okay. Da aber auch. Drum, 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 drum. Hi, Zombie. Gibt's euch in den Charakteren, irgendeinen Unterschied? Vielleicht auch in so stark. Ah, du höfst zehn. So, fuck it. ich hab so dumm scheiß auf will dafür da wahrscheinlich nicht sterben was los hat er schon gemacht das ER hat er glatt mal vergessen dunkel dunkel und ich bin gerade erschrocken weil es draußen hell wurde Auto vorbei gefahren das ist wenn sie dann kommt dann kommt dann kommt dann kommt dann kommt dann zahm wer gott 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 darauf und sich ständige ist der schen ob und mach ich ich mag den fahrten den könnten könnten wieder heute über glauben wir noch können wir uns ja leisten zu haben und dann dann kraft sie die wir der auto schock dann kommt daran erhalts small-zombie da ist die TV Boomer bin ich erschrocken richtig ich hasse verreckt doch stirbt beide macht vom Greyskull zum 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 ja hopp n und euch nicht wie ich manchmal still bedeutet nur ich gucke mich gerade um da und da und da wir müssen draußen ja komm schutzraum aber in den schutzraum kommt rein zuzu saha allgemeiner abwehr geringste schaden obwohl bill mal umgefallen ist die headhunter 5 nicht so gut pump kann mir die muni ok darum geht es raus hi louis rümmt 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 geh weg folgende grundschaft erhalten hirnzalat lecker schmackhoffahrt weg schmackhoff und schmackhoff und den krossen disco die schuldig zu schütteln mit technik das war ein Kopp Prozent der Landerwand von den Dampen und Dampen 2 Stürmer Stürzer um Falsche Waffe ich füge euch, ich schwörs euch Ah, es klingeltes Telefon Ist nicht für mich, lass uns klingeln Ich habe aufs Telefon geguckt Darum war ich jetzt etwas paralysiert Ich hasse es mit dem Telefon im Netzwerk klingelt Ammo here Boah, Leute, ich hab gezuckt Fick dich Hohohohohohoho Mein Herz, mein Herz, mein Herz, mein Herz Ich sterben noch dran Das war echt noch mal den Tod Letztes Mal beim Spielen, als ich der ersten Part der ersten Part aufgenommen habt hatte ich danach einen Herzschlag von 105 5 ja offiziell tot und darum 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 großteil die irgendwo rennen wir doch ein nutzern ist ein bisschen feinchen technik wahrscheinlich eine herzattacke ich werde sterben ich wusste es, I knew it I knew it, I knew it Where were they at? Okay